so unsere special special magic style special andrea sie hat so hübsche mixfrisur mit dreadlocks open braids sie hat sie zusammen gemacht aber du könntest ja diese klammer mal weg machen und das sind viele dreadlocks und das waren ehemalige big braids andrea und du hast ja auch schon mal erwähnt wie du so deine frisur gekommen bist wenn du es noch mal wiederholst für die leute die das noch nicht gehört haben also ich hatte big braids und bin dann quasi zu faul gewesen die aufzumachen also habe sie einfach drinnen gelassen habe dann immer wieder getrennt und schön abgeteilt und die abrät hatten wir dann immer wieder drüber gemacht und dann haben wir diese natur dreadlocks quasi die aus den big braids werden lassen werden lassen genau genau sind da lange dreadlocks rausgekommen die dann jetzt hier drohender versteckt genau und dadurch hast du dir die arbeit beim rausmachen erspart genau also ich mache nichts mehr genau ich mache einfach nicht danke dass ich dir machen darf